Bei dem Wort Swing muss ich sofort an Musik und Bewegung denken und Sie in Zukunft vielleicht an mein Lieblingsprodukt Quick-Click Swing. Warum es so heißt, sehen Sie gleich. Bei Holzfüßen von Lounge-Stühlen, die in einem Winkel montiert werden, kann man schlecht im Voraus wissen, in welcher endgültigen Position die Gleiter am Fuß angebracht werden können. Quick-Click Swing ist dafür die perfekte Lösung. Einfach das Basisteil mittig am Fuß und zunächst nur leicht anschrauben, den Sessel aufstellen, dann die Basis in ihre endgültige Position zwingen und anschließend festschrauben. Zum Schluss noch den gewünschten Gleiteraufsatz mit einem Klick anbringen. Fertig. Auf den Swing passen übrigens alle Quick-Click Slim Gleitaufsätze. Hier ist für jede Bodenbeschaffenheit etwas dabei. Ist der Quick-Click Swing auch eine clevere Lösung für Ihr Möbeldesign? Wenn ja, dann lassen Sie uns jetzt gemeinsam Ihr Projekt umsetzen. Ich freue mich auf Ihren Anruf.